An diesem Wochenende ist die Lage auf den Autobahnen entspannter als in den Wochen zuvor. Allerdings kann es durch Baustellen hin und wieder zu Staus und Stocken im Verkehr kommen. Mit längeren Fahrzeiten müssen Sie vor allem auf folgenden Strecken rechnen. Auf der A1 von Puttgarten über Hamburg bis nach Köln und weiter auf der A3 von Köln über Frankfurt bis nach Passau. Zu Staus kann es immer wieder kommen auf der gesamten A7. Dazu müssen Sie auf der A8 von Karlsruhe über München bis nach Salzburg mit Baustellen rechnen. Betroffen ist auch die A99, die Umfahrung München und die A93 von Kufstein bis zum Inntal-Dreieck. Die Staus im benachbarten Ausland konzentrieren sich bei Schirmwetter auf die Routen in Richtung Süden. Auch wenn der Verkehr nun besser fließt, sollten Sie wegen zahlreicher Baustellen längere Fahrzeiten einplanen. Belastet sind die folgenden Routen. In Österreich die West-, die Tauern- und die Inntal- sowie die Brennerautobahn bis nach Italien. In der Schweiz kann es sich vor allem auf der A2, Basel-Ciasso, stauen. Wegen der verstärkten Grenzkontrollen kann es immer wieder zu Verzögerungen kommen. Denken Sie daran, dass auch Kinder bei der Einreise nach Deutschland gültige Ausweise mit sich führen. Der ADAC empfiehlt außerdem, keine Anhalter über die Grenze mitzunehmen. Schauen Sie nach vorne. Kommen Sie gut an. Zierer